In der heutigen XXL-News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Pirelli bestätigt die Reifenmischungen der letzten sieben Rennen. Startzeit zum Qatar-Gumpri ist bekannt. Cat Mercedes Silberner Lackierung 2022 zurück. Red Bull bestätigte Kontakt zu Norris. Vips und Lawson beim Young-Jabbers-Test dabei. Rotationssystem für Mechaniker bei zu langem Rennkalender. Gründet Aston Martin eine eigene Fahrerakademie. Red Bulls Protest gegen Mercedes abgewiesen. 2022 mehr Sprintrennen als 2021 geplant. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Nachdem der Qatar-Gumpri bestätigt wurde, hat Pirelli die Reifenmischungen der verbleibenden sieben Rennen bekannt gegeben, die man hier erkennen kann. Was sofort auffällt ist, dass fünf der sieben Grand Prix C2, C3 und C4 Reifen sind. Pirelli hat letztes Jahr seine härtesten Reifenmischungen zum Türkei-Gumpri mitgebracht. Der Asphalt am Bosporus wurde 2020 komplett neu gemacht und zeigte ein sehr schlechtes Grip-Niveau, welches durch den anhaltenden Regen während des gesamten Wochenendes noch verschlimmert wurde. Pirelli traf seine Reifenwahl, bevor sich herausstellte, dass die Strecke in Istanbul einem Wasserstrahl-Reinigungsverfahren unterzogen wurde, um das Grip-Niveau zu verbessern. Was die Reifenwahl angeht, ist es simpel zu merken. Je höher die Zahl nach dem C ist, desto weicher ist der Reifen. Pirelli erklärte, dass sie sich gegen die Lieferung des härtesten Reifens in Abu Dhabi entschieden haben, da sie befürchtigten, dass es für die Fahrer schwierig sein könnte, Hitze in die Vorderreifen zu bekommen. Der Qatar-Gumpri am 21. November findet um 16 Uhr deutscher Zeit und um 18 Uhr Ortzeit statt. Rund 3600 Glühbirnen sind in 1000 Strukturen angeordnet, um die gesamte Strecke zu beleuchten. Sie haben die Kapazität, eine Fläche von 70 Fußballfeldern zu beleuchten. Laut Lewis Hamilton ist es 2022 wieder an der Zeit, das Mercedes-Auto silber zu lackieren, anstatt das derzeitige schwarz. Mercedes hatte den W11 zur Saison 2020 auf Wunsch Hamiltons schwarz lackiert, um die Black Lives Matter-Bewegung zu unterstützen. Sie wollten viel für Vielfalt im Sport tun und das hat geholfen. Glaubt ihr, dass der W13 wieder silber fährt? Oder bleibt er doch schwarz? Schreibt es in die Kommentare. Helmut Marko sprach im Interview mit OE24 über das Interesse von Red Bull an Lennon Norris. Zitat vom Motorsportberater, Wir hatten einige Kontakte zu Norris, aber am Ende wurde er langfristig mit McLaren verbunden und wir sind unserem Stil treu geblieben. Lennon hat meine Aufmerksamkeit erregt. Er gab zu, dass er daran gedacht hatte, den McLaren-Piloten ins Team zu holen, auch wenn danach nichts unternommen wurde. Juri Vips und Liam Lawson werden beide beim Young Driver Test in Abu Dhabi dabei sein. Während der Ester im Red Bull sitzen darf, darf der Neuseeländer, der sowohl Tappelnführer in der DTM als auch in der Formel 2 ist, im Schwesterteam fahren. Franz Toast erklärte, dass Lawson nächstes Jahr in einigen Freitagstraining-Sessions im AlphaTauri zum Einsatz kommen wird. Toto Wolf hat eine neue Idee vorgeschlagen, um die Logistik von 23 Rennen zu retten. Ein Rotationssystem für Mechaniker, das sich alle Teams leisten können. Mechaniker sind ab Montags unterwegs und arbeiten bis Sonntag mehr als 12 Stunden am Tag ohne Unterbrechung. Vor kurzem hatte ein Red Bull-Mechaniker in den sozialen Netzwerken detailliert beschrieben, wie die Reisepläne der Mechaniker aussehen. Diesen könnt ihr hier erkennen. Findet ihr, dass so ein System eingeführt werden soll oder habt ihr eine andere Idee? Schreibt es in die Kommentare. Laut Ottmar Schaffnauer könnte Aston Martin in naher Zukunft über die Einrichtung einer eigenen Fahrerakademie nachdenken. Sie gehören aktuell zu den wenigen Teams, die keine eigene Akademie haben. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Williams und Alfa Romeo haben alle ihre eigenen Nachwuchsfahrer in ihren Reihen. Man solle früh anfangen, aber sie haben noch nicht viel darüber nachgedacht. Allerdings rechnet Schaffnauer damit, dass das Gewinnen von Nachwuchsfahrern schwierig ist, da es bereits sieben andere Akademien gibt. Red Bull hatte sich schriftlich beim Niederlande Grand Prix an die FIA gewandt und um eine Klärung der Vorschriften für das Mercedes-Aggregat gebeten. Sie wollten wissen, ob die Leistungssteigerung des Triebwerks in Bricksburg nach Silverstone, die in den Beschleunigungsphasen auf etwa 20 PS geschätzt wird, legal sei oder nicht, und gab an, dass man bei ihnen einen Weg gefunden habe, die für die Sechszylinderkammer bestimmte Luft zu kühlen und dabei den FIA-Sensor zu umgehen. In Artikel 568 des technischen Reglements der Formel 1 heißt es, die Lufttemperatur des Motorraums muss mehr als 10 Grad über der Umgebungstemperatur liegen. Die Messung berücksichtigt einen Durchschnittswert über die gesamte Runde, da dieser je nach Motoreinsatz und dem Luftstrom, der durch den Ladeluftkühler strömt, variiert. Bei niedrigen Drehzahlen ist er kühler, bei hohen Drehzahlen wird er wärmer, sodass es Schwitzenwerte geben kann, bei denen die erwarteten 10 Grad mehr nicht abgelesen werden. Die Übereinstimmung wird mit dem FIA-Sensor gemessen, der im Plenum installiert ist. Dort sind aber keine Abweichungen festgestellt worden, obwohl die Red Bull-Ingenieure bezweifelten, dass das Mercedes-Plenum, das viel größer ist als die 2020er-Version, einen Luftdurchlast ermöglicht, der je nach Durchflussmenge variiert, sodass die Sensormissung überschwungen wird und bei niedrigen Drehzahlen ein kühlerer Luftstrom entsteht. Die FIA hat Red Bull geantwortet und ihnen mitgeteilt, dass sie nichts Illegales gefunden haben und der Mercedes-Motor konform ist. Was haltet ihr zu dieser Thematik? Schreibt es in die Kommentare. 2021 gab es Stand jetzt zwei Sprintqualifikationen und das letzte soll in Brasilien stattfinden. CEO Stefano Dominicali hat bekannt gegeben, dass die Anzahl dieser Sprintqualifikationen erhöht wird. Nächstes Jahr sollen 23 Rennen stattfinden und etwa ein Drittel davon sollen den Samstagslauf beinhalten, also sieben oder acht Sprintqualifikationen. Für alle diejenigen, die sich meine Meinung dazu wünschen, sobald die letzte Sprintqualifikation in Brasilien gefahren wurde, werde ich eine Mikes-Meinungsfolge dafür aufnehmen und hochladen. Wie ist eure Meinung zu der Erhöhung von Sprintqualifikationen für 2022? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Trigger und er schreibt, Es ist offensichtlich, dass Strecken wie Hockenheim oder Nürburgring wegen finanziellen Gründen nicht an der Formel 1 im Rennkalender mit dabei sein können. Aber Türkei? Die haben doch nichts an Geld. Ich verstehe das nicht ganz. Falls ich falsch irgendwo liege, könnt ihr mich gerne aufklären. Ich habe stundenlang nach einer Antwort gesucht und hier habe ich sie. Der Instagram-Account HowF1Works hat mir eine Antwort auf deine Frage zugeschickt, die ich euch jetzt mal vorlese. Achtung, das ist ein langer Text und Stichworte sind im Video zu finden. Es gibt keine allgemeine Erklärung, es hängt von Land zu Land ab. Sowohl Bahrain als auch Saudi-Arabien sind Monarchien, was bedeutet, dass die Staatsoberhäupter im Grunde tun können, was sie wollen. Und wenn sie Geld durch Öl haben und die Formel 1 in ihrem Land haben wollen, zahlen sie einfach dafür, dass eine Strecke die Formel 1 bezahlt und sie dürfen die Formel 1 ausrichten. In anderen Ländern ist das etwas anders, vor allem wegen der Art und Weise, wie das Geld verwaltet wird. Die Türkei ist eine Republik, was bedeutet, dass niemand die ganze Macht in den Händen hält. Wahrscheinlich wird es einige spezielle Institutionen geben, die für die Organisation aller Sportereignisse in der Türkei zuständig sind und zu denen auch der Formel 1 Grand Prix gehört. Diese Institutionen werden dann alle Bewertungen in Bezug auf die Kosten, die Logistik und so weiter vornehmen und sehen, ob sie genug Geld für das Rennen haben und ob sie mit der Ausrichtung des Rennens Geld verdienen können. Ich hoffe, ich konnte eine Frage damit beantworten. Wenn ihr mich jetzt noch weiter supporten wollt, dann folgt mir auf Twitch, da könnt ihr mir alle möglichen Fragen in den Chat stellen. Link in der Beschreibung und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Video und ciao!